Bin ich überhaupt richtig? Ich mache eine Kurve auf eine Rampe. Siehst du, wenn du... Oh, lol, hä? Schieß wieder ab, was? LOL! LOL! Jawoll! Was? LOL! Was? Hakuna Matata Butchardt, herzlich willkommen zu einem besseren Versus Spikes. Team 2 gegen Couch Gaming. Aber Couch Gaming ist nicht mehr wirklich Couch Gaming. Wir sind nämlich jetzt Johnny und Igno mit einzelnen Kanälen. Deswegen schaut ganz genau in der Beschreibung nach. Da sind die Kanäle verlinkt. Lasst ein Abo da. Und ja, und wir zocken jetzt komplett blind diesen Modus. Ich begrüße natürlich Johnny, Deko und Igno. Bessere Versus Bikers! Hallo! Ich hab echt keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich müssen wir ganz schnell diesen Parcours hier machen. Warte, hätte ich aber gerne eine Sanchez. Und die können uns jetzt gleich abballern. Die schießen dürfen nicht. Die können nicht schießen? Nein, die bessere ist der Jet ohne Waffen. Cool. Ach so! Jet ohne Waffen? Ach, wir haben aber Haftbomben. Nice! Ach, so heiß! Nice! Ah! YOLO! Wo? Oh, da kommen die Hände. Die sollen uns rappen oder was? Auf dem Motorrad? Okay, sollen wir Haftbomben benutzen oder nicht? Das bleibt euch überlassen. Ich hätte gerade schon mal fast Johnny weggefliegen. Alter, in der Luft ist ja richtig geil. YOLO! RENDOOM! Oh, das machen wir. Oh, das war aber knapp. Sag Kev immer. Oh, nein! Oh, nein! Alles klar. Hört sich knapp, Alter. Wo ist hier jemand? Oh mein Gott, ich bin fast rausgekleidet. Meine Haftbomben auf euch. Was sind die denn? Da. Daddy! Nein! Nein! Was hat Deko denn gemacht? Er hat sich selbst umgebracht. Oh man, please! Irgendwo war so nah an mir dran, Alter. No, no! Oh, jetzt geht's ab! Marvin, das geht auf dich an! Nicht zu nah an die explodieren lassen! Ach, mach ruhig! Das ist schlimm! Nein! Was ist das denn passiert? Ich wollte dich in der Luft abholen. Weiter geht's! Ich dachte, Marvin hat dich getroffen mit der Haftbombe. Aber das wäre aber skiller gewesen. Das wäre richtig skiller gewesen. Deswegen war ich gerade so hyped. Was? Und dann schreist du nicht? Aber war klar, war klar, dass... Ah! E-Q! Alter! Ich wusste erst nicht links oder rechts. Aber rechts schien mir schneller zu gehen. Ne, da hinten haben wir ja schon was! Oh Gott! Da bin ich überhaupt richtig? Mit Korre auf der Rampe. Oh, heiß, das ist interessant. Loll! 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 Jawoll! Loll! Was?! Was?! Sehr schön, Marvin! Sehr schön! Wie ist das denn passiert, man? Hauptsache, er ist mit dem Motorrad unsanft gelandet. Auf dem Motorrad und ist dabei gestorben. Please! Was war das denn? Ich wollte nämlich gerade nach hinten schauen, deswegen habe ich keinen Wheelie gedrückt, um nochmal eine Haftbombe zu werfen. Und dabei ist er trotzdem auf beiden Rädern gelandet und gestorben. Please! Das war ja schon fast so genius wie meins, ey. Ja, also, bei mir war ziemlich viel Pech dabei, bei dir war Dämlichkeit dabei. Boah, die sind in ungefähr gleichem Maße. Krass, der? Ja, das kann man so sagen. Hier wären die Tron-Räder krass, ey. War's der? Ja, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Man könnte natürlich Assi-mäßig, aber so sind wir ja nicht, direkt zu diesen anderen Geräten fliegen. Ich kann aber auch nicht fliegen! Deko, wir sind beide Noobs! Aber hier stehen draus! Erst mal ein bisschen Höhe gewinnen hier. So! Jetzt soll ich hofer jetzt runterfliegen, ne? Hab ich so gehört? Also, ich kann das definitiv nicht schaffen. Oh fuck! Oh fuck, man! Du schaffst das sowieso andauert, wenn man gebotet hat. Was? Ne! Ich wette, ich freke gleich. Dumdi! 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 Ja, ich genauso. Die Rappe war echt unnötig. Fuck! Oh, schade! Ey, was macht ihr denn da? Monsieur Deko, was machte sie? Wow! Du könntest dann natürlich auch schnell noch aufs Motorrad gehen. Ey, wa- Leute, hör ich dich doch! Das ist dann perfekt parallel zur scheiß Rampe, ne? Ich weiß, was Deko vorhat. Wo ist er? Was passiert hier? Ich seh hier nicht mal was! Wo seid ihr denn? Weg! Deko, nicht sterben! Na Deko, nicht sterben! Achtung, Deko vor! Wow! Oh, was? Fick dich! Ich hab in Absicht daneben geschossen! Wo bist du denn? Ich weiß ja nicht mehr, wo er ist! Ach, da ist er! Hat er sich später geholt, oder was? Ja, das ist ein fucking... Deadwood Schuss, wo ist er wohl, ey? Du Lutscher! Aber sieht cool aus, oder? Eigentlich ist er nicht... Nein! Alter, ich kann einfach nicht fliegen! Ich soll ihn ja jetzt wegrappen, eigentlich, ne? Ja. Äh, ja. Weißt du, wie mir Spaß machen würde, ich wegzu... LoL! Oh, das war krass! Nein! Ich wollte den Heli zerstören! Schade, schade, schade! Okay, dann kommst du und drehen wir uns jetzt mal mehr auf Haftbomben werfen, ja? Auf schnell sein und Haftbomben werfen! Das war echt super! Das war echt super! Ja, ich hab jetzt so ne leichte, kahle Stelle auf dem Kopf, also... Ah, richtig krass! Oh, scheiße! Ich hatte die Kamera exakt von der Seite, da hat man richtig schön gesehen, so... Aber es hat noch keiner geschafft, mit Haftbomben ein Flugzeug kaputt zu machen! Ich hab gar nicht wirklich Haftbomben gewonnen, weil ich wusste, ihr macht das irgendwie so selbst kaputt! Was? So, wie verrast den Jet? Ich würde aber gerne schon Haftbomben benutzen! Man könnte natürlich direkt nach vorne fahren! Aber, man merkt hier, ich habe absichtlich übrigens, Rocco nicht erschossen! Aha! Ah, was mach ich denn hier? So, ab geht! I watch Banana, dig this one an, nico do do da la banana! Was auch immer! Das Geile ist ja, Muchachos, dass Johnny diesen Scheißtext eiskalt wirklich auswendig kennt und Marvin... Ja, also, ein auf den, ein auf den Scheißtext, ne? Ja, also, ein auf den Scheißtext, ne? So ungefähr! So ungefähr, genau! Wer kommt der Erste? Wen haben wir denn da? Versuchst du zu landen, oder was? Ja, so ein bisschen... Gleit! Gleit! Ich gleite! Perfekt! Aua! Oh, da kommt der Zweifel! Oh, fuck! Aua! Nein! Nein! Hab ich dich wenigstens irgendwie erwischt? Nein! Der Erste war einfach in mich hineingebrettert! Äh... Fuck! So! Deko, ich kümmere mich um Johnny! Oh, da kommt Johnny! Here kommt Johnny! Was?! Bye bye! Und ich wurde ausgelacht, weil ich selbst was begangen habe im Flugzeug, ja? Ja! Spiegel! Wie damals im Kindergarten! Und hier kennt man es aber nicht alle! Das stimmt! Jetzt, Ziegen ehrenwort! Werde mit dem Jet jemanden erwischen! Niemals! Oh! Warte, lass mich erstmal fliegen! Vorher schieße ich dich ab! Lass mich erstmal fliegen! Vorher lass ich dich hochgehen mit ner Bombe! 100 pro! Deko, wenn du sicher jemanden kriegen kannst, der auf dem Boden liegt, dann bretta einfach hardcore mit dem Jet rein! Versuch dir nicht runterzuschieben oder so! Genau! Warum nicht? Mach du das lieber! Okay, dann bin ich Mr. Kamikaze! Wenn du... Oh, Scheiße! Ich versuche noch dabei zu überleben, aber ich... Zumindest... Würde ich... Ich einschätzen, dass die Chancen, dass ich überlebe, größer stehen als das... Was?! Hoffen wir mal! Ah, dass wir es bis jetzt echt noch nicht geschafft haben! Sehr gut, Johnny! Aber es hat noch keiner geschafft, irgendwie zu erwischen! Ja, aber zweimal knapp! Echt nur? Ich schalte den Arsch! Nein! Hab ich dich auch wieder mischt? Ja! Das krasse ist, ich habe gerade richtig schön angelegt auf ihn und hätte ihn getroffen! Okay, das musst du auch fassen! Hab ich auch nen Key geholt? Also ich habe Selbstmord begangen! Oh, schade, schade! In der Luft jetzt, komm! Ja, das ist schwierig... Nein, der kann da werfen oder der kann da easy werfen! Oh, 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 oh! Oh, nee! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Ehrlich jetzt! Oh, Mann! Oh, Diko! Hör doch reinbrettern da! Hä? Warum denn reinbrettern? Dann verlieren wir! Das weißt du nicht! Also das höchste der Gefühle wäre dann unentschieden! Ja, das weg! Nein, 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 nein! Och, Diko! Das war so... Und dann so ein Anflug! Wenn er stehen bleibt! Mit Ansage! Ach, der Killgurt! Sehr schön! Mit Ansage! Aber stehen bleiben, Johnny, das geht doch auch in der Fahrt, oder? Nö, ich hab gerollt und vier Sekunden und hingeworfen! Please! Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass der versucht mich zu töten, Alter! Ja, klar! Also vorher hattest du aber viel bessere Möglichkeiten, ihn umzubringen und dann sowas! Hä? Deine scheiß Möglichkeit mit reinbrettern, Alter! Ja! Hättest du ihn bekommen! So hast du einfach nur verkackt, Diko! Es tut mir leid! Diko, du hast ein Ziegen-Ehr-Antwort gegeben, ja? Das muss dich verhindern! So, jetzt nehmen wir mal die hier! Was ist das? Die Hakuchu! Nimm die Hakuchu, Drek! Gesundheit! Okay! Ja! Oh, die Kurven sind eh pesch! Do it for kids! Und durch! Wo kommen sie? Das machen wir mal ein bisschen! Try hard! Wow! Das war knapp! Nein, ich bin runtergefallen! Sehr gut! Oh Mann, ey! Und... Go for it! Ich hab mit der Rocke umgetoppt und bin weitergegangen ausgefahren und... LOL! Die haben mich echt erwischt! Ich bin tot! Jawoll! Ich bin tot! Ich hab Marvin in der Luft erholt! Oh Mann! In der Luft! In der Luft! In der Luft! Nice one! Ja! Damit hat Ignus bisher als einziger... Ich hab auch gar nicht drauf geachtet! Ich bin einfach so... YOLO mäßig einfach nach vorne geflogen, weil ich dachte... Ihr braucht eh noch ein bisschen... Wo ist denn Deko? Ich bin hier unten! Komm! Rass mit mir rein! Ich seh dich nicht mal! Schwimm ich jetzt eben an Land und spreng mich weg! Ja! Schwimm mal bitte an Land! Aber lass den nicht weg springen! Wir spreng dich weg! Doch! Spreng dich weg Deko! Obwohl... Kamikad Flut könnt ihr jetzt auch nochmal machen! Und? Ich seh ihn aber auch nicht! Toll! Wir springen! Wir springen nicht Deko! Wir springen nicht Deko! Igno! Mit einem Pampen! Nein! Lauf! Ja! Was soll ich sagen, ne? Nein! Das fühlt sich scheiße an! Die Runde geht an Johnny und an Igno, man! Das fühlt sich schlecht an, sowas! Just for the most! Ich wollte mich aber gerade umbringen! Und dann hab ich nur gesehen, wie Igno da abgekratzt wird! Und dann hab ich mir okay... Warte noch ein paar Sekunden, wie das ausgeht! Ich hab gedacht, ich krieg die Kurve noch so ein bisschen nach links! Und dann, dass ich direkt auf die lande! Und dann hab ich gesehen, so... Scheiße! Krieg ich doch nicht mehr! Hahaha! Was denn? Aber wie gesagt, dann wärst du ja auch tot gewesen! Ich glaube, das ist ein Unentschieden! Ich weiß gar nicht! Keine Ahnung! Könnten wir ja gleich mal testen! So, was hast du gesagt? Hakucho hast du gerade genommen, ne? Die normale Hakucho, oder was? Jetzt aber! Deko! Jetzt schaffen wir das auch in der Luft! Ein Motorradfahrer treffen! Giemals! Easy! Oh, dann haben wir den richtigen Jet! Der macht da seine Runden! Ja, nach oben! Nein! Hab ich dich erwischt! Aber den hab ich auch erwischt! Jetzt hängt das wieder an mir, Alter, oder was? Was? Ich hab's aber wieder geschafft, ne? Also... Ja, du bist nur mit reingefunden da! Nee! Was? Nee! Naja, schon, aber... Habtbomben! Ich hab' ihn aber mitgenommen! Wie bitte? Du musst nicht mal spielen! Was macht denn der Spaß da jetzt? Hallo, fahr doch mal! Ja! Oder mach' jetzt Yolo! Karambo! Karambo, Kake, äh, Boulage! Und das war nix! Das war nix! Nein, 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 nein! Das wird auch nix! Nein! Oh Mann! Mensch, Verlierer! Wir haben verloren! Nein! Aber hab ich ihn getroffen? Oh Mann! Ich hab' nicht getroffen! Nein! Ich war doch voll da dran an ihm! Aber du hast ihn runtergeschobst! Du hast ihn runtergeschoben, aber nicht getroffen! Oh, please! Die Leistung von Deko war heute wieder unterirdisch! Aber, Muchazos, das ist eben manchmal so... Ähm, wollen wir noch was kleines dranhängen, oder? Was machen wir hier? Was klein ist wie Marvins Penis, Muchazos! Klein, aber gut! Gebt den Daumen nach oben! Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Muchazos! Weingau! Bye-bye!